Hallo, willkommen auf PongPongBlog und ich bin heute der Very Organized Thief. Und ich drücke mal Start! Oder auch nicht? Doch, doch, wir starten. Das ist ein Lichtscheiter. Da ist eine Uhr. Ich würde sagen, wir interagieren noch nicht. Das ist ein TV. Die können wir nehmen. Oh! Was können wir noch? Was sieht wertvoll aus? Ist das wertvoll? Das ist nicht wertvoll. Das ist doch wertvoll. Scheiße! Oh, doch, okay. Ja, das macht sehr realistische Geräusche. Wir können nichts mit der linken Maustaste machen. Oh, das sieht wertvoll aus. Oh. Ups. Ach, meine Hundebellen im Himmelbund. Das ist so. Ach du Scheiße! Ich meine... Hey! Nichts passiert. Das ist so geplant. Hier ist ja auch niemand mehr. So. Weg damit. Keep searching, okay. Wir gehen mal hoch. Kinder aufwachen. Oh. Ja. Kinder sind ausgeflogen. Da ist ein Aschenbecher. Hat irgendwie nichts verloren im Kinderzimmer. Oh. Ja. Kinder sind ausgeflogen. Ich schütze mich. Hier können wir uns, glaube ich, verstecken. Ich fand es gerade sehr gruselig. Wie dieses... Klingeln. Oh. Was? Weg damit. Uah. So. Das ist alles sehr unbruchbar. Ein iPad. Drei, neun, sieben, sieben. Och. Könnte nützlich sein. Geld. Ring... Oh. Oh, wir sind stark. Yeses. Ups. Ah. Nein, nein, nein. Äh. Drei. Sieben. Nein, nein, nein. Drei, neun, sieben, sieben. Sag mir jetzt nicht, dass da jetzt welche kommen. Nein. Nein, da kommt niemand. Und... Wie! Alter. Das grüße stellen wir uns, dass wir die Nebenwähren. Ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Du blöde Arsch. tschüss ich bin ich der für dem ich jetzt 36.298 in vier minuten und 32 sekunden das war das organisierte verbrechen das war so cool habe ich für sich noch mal spielen so cool was dann doch nicht der mann der war ein bisschen wieder so und slenderman mit mehr hautfarbe ja das war es für dieses indie spiel das sehr organisiert war bis zum nächsten mal